Book 2 17 Im Haus Hier ist unser Haus. Oben ist das Dach. Unten ist der Keller. Hinter dem Haus ist ein Garten. Hinter dem Haus ist ein Garten. Vor dem Haus ist keine Straße. Neben dem Haus sind Bäume. Hier ist meine Wohnung. Hier ist die Küche und das Bad. Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Die Haustür ist geschlossen. Aber die Fenster sind offen. Aber die Fenster sind offen. Es ist heiß heute. Wir gehen in das Wohnzimmer. Wir gehen in das Wohnzimmer. Dort ist ein Sofa und ein Sessel. Dort ist ein Sofa und ein Sessel. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Dort steht mein Computer. Dort steht mein Computer. Dort steht meine Stereoanlage. Dort steht meine Stereoanlage. Der Fernseher ist ganz neu. Der Fernseher ist ganz neu. Das ist ein Sessel. Das ist ein Sessel. Der Fernseher ist ganz neu. Das ist ein Sessel.